einen schönen guten tag und willkommen zurück zu unreal tournament 3 so dann würde ich da weitermachen wo ich letzte aufgehört habe mit der neunten mission aus act 3 containment das ist eine capture fleck mission hyperion randgebiete über diese abgelegene forschungsanlage ist nur bekannt dass sie von der liandry corporation betrieben wird satelliten bilder lassen im zentrum eine art käfig erkennen und der geheimdienst glaubt dass sie ein dark walker fahrzeug geborgen haben liandry wollte schon immer den zugang zur technologie der negris erlangen und das könnte für sie die gelegenheit sein bei der nanotechnologie forschung fortschritte zu erzielen okay dann würde ich mal sagen attacke haben davon erfahren dass sich ein dark walker der negris in der anlage der liandry befindet und sie haben die abwehr überrannt die krall könnten diesen walker dazu benutzen die anlage zu zerstören und so die grundvoraussetzung für einen großen einmarsch zu setzen wenn die negris erschaffen an der tarit oberfläche einen brückenkopf zu errichten haben wir viel größere sorgen als die dass die söldner der krall uns auf den fersen sind diese tag walker viel besser als ein oder nicht geschützt war okay deaktiviert empfand ich durch das entfernte flagge der dark walker wurde befreit und kann jetzt frei durch die karte streifen alles klar da würde ich mal sagen spielen du gehörst zu rot bewege mich zur position gesichert feindliche raptor mittelfeld niedrig feindlicher flachenträger ist in der rundenbasis blaue flagge erobert blaue flagge wurde fallen gelassen rote flagge wurde zurückgebracht blaue flagge zurückgebracht ich habe unsere flagge ich nehme schweren beschuss was was so 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 feindlicher mancher wow ok naja man merkt es in der antwock ist noch nicht mehr zu geben feindkontakt feindlicher mancher Bitte vergnügt mich. Feindlicher Skorpion. Blaue Flagge erobert. Bitte vergnügt mich. Ich habe die Flagge unter schwerem Beschuss. Blaue Flagge zurückgebracht. Feindlicher Hellbänder. Bitte fällt niedrig. Rote Flagge genommen. Du Scheiße. Rote Flagge wurde fallen gelassen. Ich quäle dich Flagge. Rote Flagge wurde zurückgebracht. Ich habe unter der Flagge. Feindlicher Hellbänder. Mittelfeld. Biesling. Flutrausch. Double kill. Feindlicher Hellbänder. Mittelfeld vor. Oh. Okay. Ich wufe die Flagge. Blaue Flagge erobert. Double kill. Okay. Okay. Sprungstab. Ich wollte mir ruhig den kaputten Darkwalker haben. Die Flagge. Hör mir ruhig den kaputten Darkwalker haben. Ich wufe die Flagge. 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 Ich werde mich daran erinnern. Rotes Team übernimmt die Führung. Okay, ein bisschen Peinung wäre nicht schlecht. Ohne Schildgürtel. Okay, hier gibt es noch ein Schildgürtel wahrscheinlich. Ohne Schildgürtel. Was ist hier? Der ist eine Waffenspinn. Ja gut. Ach, hier oben. Perfekt. Einer. Haha. Haha. Mit Panzer verrollen. Das ist der Darkwalker zerstört. Das war der angeschlagene Darkwalker. Dominierend. Rote Flagge genommen. Rote Flagge wurde fallen gelassen. Rote Flagge wurde zurückgebracht. Ich habe unsere Flagge. Feindlicher Manta. Nahe der blauen Basis. Blaue Flagge erobert. Rote Flagge genommen. Ich habe die Flagge. Ich brauche Unterstützung. Rote Flagge wurde zurückgebracht. Blaue Flagge wurde fallen gelassen. Blaue Flagge zurückgebracht. Double Kill. Schlag mit Fahrzeug. Unaufhaltsam. Ohne Schildkirche. Okay. Blaue Flagge erobert. Double Kill. Ah, schnell ich hier raus. Feindkontakt. Mittelfeld niedrig. Feindlicher Hellbender. Mittelfeld niedrig. Ah, Mittelfeld ist ein Hellbender. Da ist er. Blaue Flagge wurde fallen gelassen. Feindlicher Darkwalker. Blaue Flagge zurückgebracht. Blaue Flagge zurückgebracht. Mittelfeld niedrig. Feindlicher Hellbender. Mittelfeld niedrig. Ich hoffe, dass der Panzer bereit ist. Ja, perfekt. So. Irgendwann ist der Darkwalker unterwegs. Das finde ich gut gemacht, dass er hier markiert ist auf der Karte. Double Kill. Feindlicher Darkwalker. Mittelfeld niedrig. Ich schwöre es, ich habe den. Der Jäger wird zum Gejagten. Dasselbe Team. So. Darkwalker zerstört. Feindlicher Manter. Ich bin in deinem Team, Idiot. Ich bin in deinem Team, Idiot. Rote Flagge genommen. Blutrausch. Blaue Flagge erobert. Ich habe die Flagge. Feindlicher Goliath. Es hat keinen Ausweg. Blaue Flagge zurückgebracht. Ich brauche Unterstützung. Warum werde ich immer als erster beschossen? Feindlicher Flaggenträger, geht runter. Rote Flagge wurde fallen gel- Rote Flagge genommen. Ich habe unsere Flagge. Wo ist der? Wo ist der? Feindlicher Darkwalker. Wo ist der Flaggenträger? Rote Flagge wurde zurückgebracht. Ah, perfekt. So mächtig der Darkwalker es auch ist, ist. Diese Träger ist da. In Position. Blaue Flagge erobert. Ich bin sicher. Oh. Ich gebe dir Rückendeckung. Okay. Blaue Flagge wurde fahren gelassen. Blaue Flagge erobert. Freien Kontakt. Gebt dir Rückendeckung. Auf jeden Fall schon mal viel besser aus. Rotes Team baut seine Führung aus. So. Ein Punkt fehlt mir noch. Ich brauche auf jeden Fall... ...fahrbar tut das alles. Feindliche Hellbänder. Feindlicher Sonder. Feindlicher Sonder. Feindlicher Sonder. Skorpion, Mittelfeld, niedrig. Nein. So, okay. Der Vorkant ist da. Da oben ist wahrscheinlich Schuss unten oder so. Na, komm. Blaue Flagge erobert. Ich habe die Flagge. Ich nehme schweren Beschuss. Blaue Flagge wurde fallen gelassen. Blaue Flagge zurückgebracht. Blutrausch. Blaue Flagge erobert. Blaue Flagge zurückgebracht. Ich habe die Flagge. Rote Flagge genommen. Rote Flagge wurde zurückgebracht. In der Ruhrpumbasis. Das ist ein Amerikaner, das Mädchen. Ich habe unsere Flagge. So. Das sieht schon mal gut. Manta. Manta. Okay, der Panzer ist fast zu fern. Feindlicher Manta. Mittelfeld, niedrig. Ein Schuss hält er noch aus. Aber gut, ich hätte wahrscheinlich auch keine Chance gehabt, wenn ich nicht zu Fuß gegangen wäre. Hey. Da vorne stand. Oh, jetzt hätte ich kurz. Feindlicher Manta. Nein, der roten Warte. Oh. Jetzt war gut. Ich spüre das jetzt. Rote Flagge genommen. Rote Flagge wurde zurückgebracht. Ich bin heiß. Ich habe unsere Flagge. Okay. Okay. Obwohl jetzt ist voll. Das ist der Klapp. Das kommt wohl sein. Also. Beinkontakt. Ich brauche Bestärkung. Feindlicher Skorpion. Mittelfeld niedrig. So. Feindlicher Manta. Mittelfeld niedrig. Double kill. Double kill. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Kein Multi-Kill. Ach so, äh, Waffenspiel. Fünf Minuten verbleiben. Feindlicher Skorpion. Mittelfeld niedrig. Achtung. Ha, 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 ha. Okay. Das war Einsatz mit nichts. Das war wohl nichts. Okay. Ich hier die Stiefel. Ich bin getroffen. Pass. Ah, da steht der Hellbender, okay. Dimm es! Ich bin getroffen! Oh, feindlicher Manta, bitte selbst übrig! Double Kill! Blaue Flagge erobert. Rote Flagge genommen. Blaue Flagge wurde fallen gelassen. Es fürchtet uns. Blaue Flagge zurückgebracht. Rote Flagge wurde zurückgebracht. In der roten Basis! Flaggenträger aufgeschalten! Ich habe unsere Flagge. Beim nächsten Mal versuch nicht so beschissen zu sein. Wir reichen sicher! Mittelfeld niedrig! Feindliche Darkwalker! Drei Minuten verbleiben! Mittelfeld niedrig! Okay, schnell mal die Keimung nehmen. Feindlicher Manta! Mittelfeld niedrig! Unter schwerem Beschuss! Dann geht das. Oh ja. Rote Flagge genommen. Oh, Panzer zerstören. Rote Flagge wurde zurückgebracht. Blaue Flagge erobert. Ich denke, ich habe mich klar aufgenommen. Ich habe noch eine Flagge. Blaue Flagge wurde von... Blaue Flagge zurückgebracht. Pass! Ah, ich gebe mir mal die... Feindliche Raptor! Mittelfeld hoch! Zwei Minuten verbleiben! Oh, ich denke mal, das... Die Partie wird über die volle Länge gehen. Habe ich das Gefühl? Bewege mich zur Position! Bereif sicher! Die Partie. Oh ja. Oh ja! Das ist das hier. Vasilitär Raptor! Mittelfeld hoch! Oh, was war das? Eine Minute verbleibt. Blaue Flagge zurückgebracht. Ah, okay. Hier führ ich zum Raptor. Nichts passiert. Feindlicher Goliath, Mittelfeld niedrig. 30 Sekunden übrig. Blaue Flagge erobert. Blaue Flagge wurde vor Blaue Flagge zurückgebracht. Ich brauche Bestärkung. 10 9 8 7 6 Rote Flagge gewinnt Rote Flagge wurde zurückgebracht Eins Rotes Team gewinnt das Spiel Okay, gewonnen Über die volle Länge ging das diesmal War schon mal Gutes Uh, und die waren sogar noch in der Überzahl Rote Flagge Rote Flagge Rote Flagge Rote Flagge WDR mediagroup Glocken WDR mediagroup Glocken WDR mediagroup Glocken WDR mediagroup Glocken WDR mediagroup Glocken